Um anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen uns unsere eigene Sterblichkeit anschauen, unsere emotionellen Schwierigkeiten, körperliche Schwierigkeiten, wenn wir welche haben, jetzt im Moment oder gehabt haben. Wir wollen uns unsere Suche nach dem Glück anschauen und Mitgefühl für unsere eigenen Schwierigkeiten, für unsere Unerfülltheit, für unsere Suche nach Vollkommenheit in uns empfinden. Mitgefühl, ein Gefühl des inneren Umarmens, der Hilfestellung, des Verständnisses, des Akzeptierens und der Wärmenden Liebe. Und jetzt erkennen wir, in demjenigen, der hier uns am nächsten sitzt, genau die gleichen Probleme, dieselben Schwierigkeiten des Menschseins, die Sterblichkeit, die Suche nach dem Glück und der Vollkommenheit, emotionelle und körperliche Schwierigkeiten. und wir füllen und umhüllen diesen Menschen mit unserem Mitgefühl, unserem Verständnis, unserer Hilfsbereitschaft, unserem Erkennen der Zusammengehörigkeit. Und jetzt denken wir an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, und erkennen in ihnen genau das Gleiche, was wir in uns selbst erkannt haben. Die selben Schwierigkeiten, dieselbe Suche, dieselbe Unerfülltsein, dieselben Versuche, das Glück zu finden. Und unser Mitgefühl, unser Verständnis, füllt und umhüllt sie. Und wir sehen, dass sie das beglückt. Wir sehen, dass sie das beglückt. Großeltern, ob sie noch im Leben sind oder nicht, ein Teil, ein wichtiger Teil unseres Lebens und sehen auch in ihnen genau das Gleiche, was wir in uns selbst gefunden haben. Und schenken ihnen unser Herz, voll Mitgefühl, voll Verständnis, voll Hilfsbereitschaft, voll Liebe. Und wünschen ihnen einen schönen Übergang in ein neues Leben. Und wir denken an unsere nächsten und liebsten Menschen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und auch in denen erkennen wir genau die gleichen Probleme, die wir selbst haben. Die Sterblichkeit, die Suche nach Vollkommenheit, die emotionellen und körperlichen Schwierigkeiten, die jeder durchmacht. Suche der Versuch des Glücks, die Enttäuschung und wir schenken ihnen unser Herz. Und füllen sie mit Mitgefühl, mit Verständnis, mit Anerkennung. Und wir denken an Freunde und Bekannte und Verwandte. Und in jedem von ihnen erkennen wir die gleiche Schwierigkeit des Menschseins. Und die Versuche der Transzendenz, des Glücks, suchen nach dem Vollkommenen. Und wir zeigen ihnen unser Verständnis, wir schenken ihnen unser Herz, voll Mitgefühl, voll Hilfsbereitschaft. Ohne Beurteilung. Nur ein Zeigen unserer Zusammengehörigkeit. Ohne Beurteilung. 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 Wir denken an die Menschen, die uns im Alltag begegnen. Nachbarn, Arbeitskollegen, Schüler, Lehrer, Patienten, Postboten, Büroangestellte, wer immer uns da in den Sinn kommt, wer unseren Alltag bevölkert und einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmacht. Und in jedem von diesen Menschen erkennen wir das Gleiche, was wir in uns erkannt haben. Und wünschen ihnen nicht nur Erfolg bei der Suche nach dem Glück, sondern sind bereit, ihnen zu helfen. Unser Mitgefühl füllt und umhüllt sie. bis zum nächsten Mal. Und jetzt denken wir an einen oder mehrere schwierige Menschen in unserem Leben oder solche, mit denen wir nichts persönlich zu tun haben, aber die wir ablehnen wegen ihrer Worte oder Taten. Und wir erkennen in jedem dieser Menschen die gleichen Schwierigkeiten, die wir selbst haben. Und durch das Erkennen können wir mitfühlen und sie liebend umarmen und hilfreich zur Seite stehen. Okay. 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 Wir spüren noch einmal das Mitgefühl für unsere eigenen Schwierigkeiten in unserem Herzen. Liebend und hilfreich, akzeptierend und verstehend. Und dann lassen wir dieses Gefühl aus unserem Herzen fließen zu den Menschen nah und fern. Erst zu all denen, die hier versammelt sind und dann immer weiter und weiter zu allen, die hier in St. und Utilien sind, zu allen in der Umgebung, weiter zu den Dörfern und Städten, zu allen Lebewesen, klein und groß, alle sterblich, alle auf der Suche nach dem Glück, alle leben wollen. Und wir schenken ihnen unser Herz und fühlen unsere Zusammengehörigkeit und lassen das Mitgefühl das Mitgefühl fließen wie ein Golden Strom, der überall hinfließt und alle Wesen Herzen berühren kann. Weit über die Grenzen des Landes hinaus, über die Ozeane, alle Lebewesen einschließend, die wir uns nur vorstellen können. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Es ist wie eine liebende Umarmung, die uns beschützt. Die uns Sicherheit gibt und Festigkeit. und auch bei Schwierigkeiten uns nicht wanken lässt. Und das Verschenken unseres Mitgefühls bringt uns Glück und Freude in unser Herz. Mögen alle Menschen Mitgefühl für sich und andere im Herzen tragen. Untertitelung des ZDF, 2020